Na, dann rollen wir mal. Hallo! Hallo, Hallöchen! Äh, warte, wo ist der... Also, heute sprechen wir darüber, was die sinnvollste Sparstrategie ist. Es geht um Benjamin. Er möchte auf ein eigenes Auto sparen, Cabrio, glaube ich, oder auf eine Weltreise. Er will sich da noch nicht so festlegen. Sein Wunsch ist zudem, fürs Alter vorzusorgen. Also, erste Vorschläge. Er muss breit gestreut in internationale Märkte investieren. Und er braucht eine ausgefeilte Trading-Strategie für eine fette Rendite. Quatsch, Leute! Viel zu riskant. Was Stabiles muss her. Lieber jetzt sofort in neue Märkte investieren, bevor es zu spät ist. Bei Inflation und mäßigen Zinsen, da spart man ewig. Ach, und der Krypto hat auch eine Meinung. Ähm, Leute, ist das alles? Ich hätte eine Idee. Warum nicht einfach sparen mit dem DK-Fonds-Sparplan? Es vereint klassische und innovative Anlagemöglichkeiten. Wertpapier sparen ist ein einfacher und zugleich effektiver Weg des Vermögensaufbaus. Und man kann jederzeit einsteigen. Wie soll das denn gehen? Schon mit geringen Beträgen kann man bei regelmäßigen Einzahlungen seine kleinen, aber auch großen Sparziele ganz einfach erreichen. Auch wenn diese sich im Leben mehr ändern können. Dank einem aktiven Fondsmanagement kann man seine Renditechancen bestmöglich nutzen. Ob Robotik, künstliche Intelligenz oder Dividenden. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten finden Unternehmen auf den internationalen Kapitalmärkten ganz passend zum Anlagetyp. Das Fondsmanagement bietet Lösungen für alle Themen und das mit breit gestreutem Risiko. Dabei ist natürlich zu beachten, dass Investmentfonds Wertschwankungen unterliegen. Aber was, wenn man mal schnell ans Geld ran muss? Mit dem DK-Fonds-Sparplan lässt sich der Vermögensaufbau nach individuellen Bedürfnissen gestalten. Während der gesamten Laufzeit kann man Sparraten reduzieren, erhöhen, pausieren oder auch mal Teil-Auszahlungen veranlassen. Und wenn Oma plötzlich noch Geld findet? Kein Problem. Einmalige Einzahlungen sind möglich. Aber besonders attraktiv ist der DK-Fonds-Sparplan fürs langfristige Anlegen. Bei den Auf- und Absen der Börse? Ja, da wird beim regelmäßigen Sparen der Durchschnittskosteneffekt genutzt. Das heißt, bei hohen Kursen werden weniger und bei niedrigen Kursen mehr Voranteile erworben. Mit dem DK-Fonds-Sparplan sichert man sich also den insgesamt günstigen Einkaufspreis. Ja, sehr gut! Deshalb spielt es keine Rolle, wann man einsteigt. Hauptsache man tut es. Und je früher, desto besser. Denn so kann man langfristig noch den Zinseszinseffekt durch die Wiederanlage der Erträge nutzen. Herrlich! Außerdem kann man auch in Fonds investieren, die einem besonders am Herzen liegen. Da macht Sparen doch wieder Spaß! Und das Beste ist, der DK-Fonds-Sparplan passt für jeden, egal in welcher Lebenslage. Ach, und so bequem? Geht Vermögensaufbau? Klare Sache! Mit dem DK-Fonds-Sparplan kann Benjamin einfach, individuell, flexibel und auf Wunsch sogar nachhaltigkeitsorientiert für die eigene Zukunft vorsorgen. Noch Fragen? Äh, und wo genau kann Benjamin das jetzt? Ganz einfach! Gerne helfen wir ihm dabei, einen individuellen Sparplan zu erstellen. Bei der Sparkasse oder auch online. So, Leute, weiter geht's. Wir haben hier noch mehr Fälle zu bearbeiten. Sarah, dabei brauchen wir auch deine Expertise. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Sparkasse. Herrlich! Ist das nicht klasse? So, Leute, wir sind dann aber sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017